Eine Pandemie als Comic. Vater und Sohn, Mund und Nase von einem Tuch geschützt. Zerstörte, urbane Landschaften. Eine apokalyptische Vision, die der Schweizer Zeichner Jared Muralt schon vor 2 Jahren entworfen hat. The Fall. Eine Pandemie hat die Menschheit fest im Griff. Es herrschen kriegsähnliche Zustände. Das gesellschaftliche Leben kommt zum Erliegen. Murals Zeichnungen, jetzt, 2020, von verblüffender Aktualität. Das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps. The Fall. Ein präzise und düster gestaltetes Untergangsszenario.